Und ich möchte Sie nochmal herzlich willkommen heißen im Namen des FED zum heutigen Konferenztalk mit dem Thema Optimierung des Materialflussmanagements in der Elektronikfertigung. Ich möchte Ihnen unser heutiges Team vorstellen. Unser Referent ist heute Dr. Heppke von UQ Automation Systems GmbH, dann zuständig für Organisationen und Veranstaltungsmanagement Frau Zau und mein Name ist Thomas Brüerzeck. Die Idee hinter dieser Konferenz oder dieses Konferenz-Talks, dieses Online-Seminars, stammt natürlich bedingt mit Corona und all diesen Einschränkungen, mit denen wir zu leben haben momentan. Wir mussten leider die Präsenzveranstaltung dieses Jahr komplett absagen, was uns sehr schwergefallen ist. Aus dieser Absage heraus ist diese Konferenz-Talks-Idee entstanden. Wir haben 28 verschiedene Themen bereitgestellt, die bis zum Jahresende jetzt zweimal wöchentlich vorgetragen werden, Montag und Donnerstag. An dieser Stelle hintergrund ist natürlich das Halten des Kontaktes zu Ihnen, werte Fachleute und Ihnen natürlich auch kurze aktuelle Infos aus der Branche bereitzustellen in einem etwas aktiveren Format, als es normalerweise ein Newsletter bieten kann. Jetzt möchte ich eine ganz kurze Einführung in das gute Webinar-Tool machen. Sie sind stumm geschaltet. Wir sehen Sie nicht und wir hören Sie nicht. Wen Sie sehen und wen Sie hören, wird Herr Heppke sein. Und meine Wenigkeit, ich habe gesehen, Herr Heppke hat sich schon zugeschaltet. Hallo Herr Heppke an dieser Stelle. Sie sind stumm geschaltet, liebe Teilnehmer. Wenn Sie Fragen haben, möchte ich Sie bitten, rechts unten über den Fragen-Button dort Fragen an mich zu stellen. Ich werde diese Fragen sammeln und werde sie im Anschluss nach der Präsentation dem Herrn Heppke stellen, sodass alle Fragen beantwortet werden. Diese gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet, wird im Nachgang per Video bereitgestellt und die Unterlagen, die gezeigten Unterlagen werden auch in der Datenbank, in der Wissensdatenbank des FED veröffentlicht. Die entsprechenden Links erhalten Sie mit der nachgehenden Mail, wo dann ein kleiner Feedbackbogen drin ist, wo die Verlinkung zur Wissensdatenbank drin ist und wo auch der Link zu der Videoaufzeichnung drin sein wird. Dann kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema wird sein, Optimierung des Materialflussmanagements in der Elektronikfertigung. Dr. Heppke wird uns dieses Thema etwas näher bringen. Dr. Heppke ist in Dresden geboren und absolvierte dort ein Studium der Mechatronik. Nach mehrigem Aufenthalt im wissenschaftlichen Umfeld des Maschinenbaus und nach Abschluss seiner Dissertation war er zunächst mit dem Vertrieb von Simulationssoftware in Deutschland betaut. Anschließend wechselte er in die Elektronikbranche und betreut nunmehr für die Firma Yuki. Die Yuki, alle Kunden und Interessenten für SMD und THT-Linienlösung in den neuen Bundesländern. Nun freue ich mich auf einen interessanten Vortrag und übergebe die Präsentationsrechte an Herrn Heppke. Viel Spaß und bis nachher. So, jetzt müssen Sie mich hören. Das war gerade aktiviert. Wir sehen und wir hören Sie Ihre Präsentation. Jetzt ist auch im Präsentation vollflächig zu sehen. Okay, sehr schön. Dann erstmal vielen Dank für die herzliche Einladung, Herr Bulliček. Und herzlich willkommen an alle Gäste. Ich freue mich, dass Sie den Weg heute zu diesem FED-Konferenz-Talk gefunden haben. Und ich möchte nachfolgend in den nächsten Minuten Ihnen ein bisschen das Thema Optimierung des Materialflussmanagements in der Elektronikfertigung vorstellen. Und wie unten der Untertitel schon verrät, möchte ich dabei vor allen Dingen so ein bisschen darauf eingehen, wie man so verschiedene Randbedingungen bei Firmen dort mit einbeziehen kann in die Überlegung und möchte dort so eine gewisse Übersicht schaffen. Insgesamt. Jetzt sollte die Folie weitergehen. Tut sie nicht. Ja, okay. Insgesamt habe ich den Vortrag wie folgt gekleadert. Ich möchte am Anfang ganz kurz nochmal zwei, drei Sätze zu Juki verlieren. Möchte anschließend die Herausforderungen beschreiben, die heutzutage an eine Elektronikfertigung gestellt werden. Und möchte dann Ihnen zeigen, wie so eine Zielsetzung aussieht bei der Materialflussgestaltung. Und schlussendlich danach in den Bereich der Möglichkeiten einsteigen. Was kann man machen, um dort eine Materialflussoptimierung durchzuführen? Und am Ende werde ich das Ganze zusammenfassen und so ein kleines Fazit geben. Aber zunächst erstmal ein paar Worte zu Juki. Wir sind ein japanisches Traditionsunternehmen, wie oben da steht, 1938 gegründet. Und ein großer Teil unseres Geschäfts ist eben der SMT-Bereich. Dort bieten wir Lösungen über die gesamte Bandbreite an. Also das fängt eben an im Bereich Lager, ein bisschen zu Inspektion, Schablonendruck als auch Bestückung und Wärmebehandlung. Dadurch, dass wir als Linienanbieter am Markt aktiv sind, sehen wir eben auch immer so die Themen, die die Fertiger im Bereich der Digitalisierung irgendwo beschäftigen. Und sehen auch eben die Herausforderungen, die heutzutage dort auf die einzelnen Firmen zukommen. Auf diese Herausforderungen möchte ich jetzt im Detail ein bisschen näher eingehen. Wir sehen im Moment vor allen Dingen die Tendenz, dass doch Europa und Nordamerika häufig Trendsetter sind, was so Entwicklungen in der Fertigung angeht. Und deswegen ist es eigentlich mal ganz gut, auch von unserem Markt hier in Europa aus, so die SMT-Branche zu, ja, oder irgendwo dort Entwicklung zu beobachten. Was man häufig findet, ist eben, dass eine Zunahme an der, oder der Individualisierung der Produkte stattfindet. Das heißt, es werden immer mehr kleinere Stückzahlen am Markt gebraucht mit bestimmten Funktionen. Das ist natürlich nur irgendwo die Schaltungstechnik auf den Leitungsplatten, sondern irgendwo dann auch Gehäuse und so weiter und so fort. Und man sieht dort eben auch, dass beispielsweise Layouts von Platinen sehr viel schneller mittlerweile erzeugt werden können. Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal sehr automatisiert erfolgt, beispielsweise, wenn sich dort Anforderungen ändern, relativ automatisiert neue PCB-Layouts erzeugt werden können. Das führt eben aber eben dazu, durch diese Individualisierung, dass man eben diese kleineren Stückzahlen bewältigen muss. Und das ist so die eine Tendenz, die wir sehen. Und auf der anderen Seite, dass, ja, ich sag mal, nicht unbedingt mehr SMT-Experten am Markt verfügbar sind. Also man ist schon dort irgendwo bemüht, das Wissen aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls auch Werkzeuge einzusetzen, um das weiter voranzubringen. Diese kleinere Stückzahl oder auch diese Zunahme an Individualisierung hat eben zur Folge, dass ich an SMT-Linien auch eine höhere Anzahl an Produktanläufen realisieren muss. Und da muss sich im Prinzip auch die Anlagentechnik ein Stück weit anpassen an diese Forderung. Die muss eben flexibel sein, als auch irgendwo, ja, durch Assistenzfunktion ein relativ schnelles Anfahren von neuen Produkten ermöglichen. Da gibt es zwar schon auch mittlerweile einiges, aber ich denke, da wird auch noch mehr kommen, um eben diese höhere Anzahl oder diese individualisierten Produkte besser bewältigen zu können. Und im gleichen Zug denke ich auch, dass, ja, mehr Materialien eher noch zum Einsatz kommen oder eine höhere Vielfalt an Materialien, die wiederum hinsichtlich des Materialmenschments dort auch wieder mehr Anforderungen stellen, um das Material zeitgerecht an den Fertigungslinien bereitzustellen. Insgesamt reden wir natürlich dort auch von irgendwo einem Real-Time-Zugriff auf die Produktion. Das heißt, ich möchte natürlich auch relativ kurzfristig und dynamisch sehen, dass, wenn ich jetzt neue Aufträge entgegennehme, wie sich so die Gesamtproduktionsplanung dahingehend ändert. Genau, ich habe jetzt im Prinzip auf der nächsten Folie mal zwei Beispiele mitgebracht, wo jetzt Fertigungen sich so langsam hinbewegen oder was man sich vielleicht da so darunter vorstellen kann. Und habe ja als erstes mal ein Beispiel von Mercedes-Benz mitgebracht, die Fabrik 56 in Sindelfingen. Und dort wird aktuell die S-Klasse in allen Ausbaustufen produziert. Aber auch in dieser Produktionsanlage soll es genauso möglich sein, eine E-Klasse oder eben auch die EQS-Elektrolimousine zu fertigen. Und das erreicht man eben, indem man nicht mit so einer stationären Verkettung arbeitet, wie man das jetzt so typischerweise kennt in automatisierten Fertigungsstrecken, sondern dass man das eher auflöst, dort sehr flexibel den Shopfloor gestalten kann und eben über sehr viel Automatisierung oder eben auch individualisierte Fahrzeuge oder Transportsysteme ja, also irgendwo eine sehr flexible Produktion ermöglicht. Das Ganze natürlich dann auch zu dem Zeitpunkt alles mit digitaler Kommunikation ausgestattet. Das wäre jetzt ein Beispiel eben aus dem Bereich Automotive. Und jetzt das zweite Beispiel ist dann eher so ein Zulieferer, in dem Fall Continental. Dort wurde eben eine SMT-Linie doch sehr stark erweitert und relativ eng verknüpft mit der Materialversorgung. Also man arbeitet dort nach einem Pull-Prinzip. Das heißt, die Linie fordert selbstständig Material an. Das wird über autonom fahrende Fahrzeuge, solche EGVs, dann auch bereitgestellt an den Anlagen, als auch zurücktransportiert. Die Anlage wird eben als sehr skalierbar modular beschrieben, sodass dort eine Riesenbandbreite auch an Produktionsaufträgen bewältigen kann. Immer mit auch einer gewissen Intelligenz versehen, sodass eben beispielsweise Performance-Indikatoren dauerhaft untersucht werden und eben auch der Ausstoß der Anlage überwacht wird. Was ich mich allerdings an so einer Stelle dann immer frage, weil ich jetzt persönlich auch sehr viel mit KMU zu tun habe, ist, das sind natürlich jetzt große Firmen und sieht eine optimale Fertigung immer so aus. Und das ist so ein bisschen jetzt auch der weitere Tenor in meinem Vortrag. Ich möchte eben versuchen, so ein bisschen die Bandbreite auch zu beschreiben, was man so in den SMT-Fertigungen findet. Hier auf der Folie mal grundsätzlich dargestellt, wie man sich so den Materialfluss oder welche Station es eigentlich gibt. Und es fängt eben an, ganz links, mit irgendwo einer Anlieferung von Materialien, wo eben sowohl das SMT-Material als auch beispielsweise die Leiterplatten zugeliefert werden und eingelagert werden in einem zentralen Lager. Das ist dann eben mal mehr, mal weiter weg vom eigentlichen Fertigungsbereich. Deswegen arbeitet man eben heutzutage auch häufig mit solchen Pufferlagern, wie das hier mit dem Punkt 2 dargestellt ist. Und von dort aus findet dann eben die Arbeitsvorbereitung statt und die Materialien werden im Prinzip zur eigentlichen Verarbeitungsstrecke, den SMT-Linien gebracht, als auch zurückgelagert von Materialien, die dann nicht mehr gebraucht werden. Und nachdem im Prinzip die Bestückung als auch Wärmeprozess und so weiter natürlich noch der Druck davor stattgefunden hat, schließen sich noch eine Reihe von weiteren Stationen an. Im, sag ich mal, End-of-Line-Bereich, also dass man beispielsweise Schaltung testet oder dass man eine Montage hat oder einen Fokus. Da gibt es ja verschiedenste Sachen, die man dort sieht. Und schlussendlich geht es dann in den Bereich, dass man das Ganze verpackt und abtransportfähig macht. Das ist natürlich nur ein Beispiel. So kann es aussehen. Es kann auch ganz anders aussehen. Man sieht dort eine riesen Bandbreite auch jetzt vor allem in Deutschland und Europa an Fertigungen. Und ja, es gibt viele, viele Abhängigkeiten, die eigentlich so ein Materialfluss dann irgendwo ausmacht. Das fängt eben an bei der Fertigungshalle. Wo ist der Wareneingang? Wo ist der Ausgang? Gibt es nur einen Wareneingang? Wie sehen so die Örtlichkeiten aus? Hat man viel Platz? Ist alles sehr, sehr kompakt und eng? Wie sehen so die Produktionsaufträge beispielsweise auch aus? Also habe ich eher kleinere Aufträge mit geringeren Lohsgrößen oder eben auch sehr große Aufträge, die dann mehrere Wochen beispielsweise abgearbeitet werden? Ja, ist auch, wie dynamisch muss ich vielleicht agieren? Kommen kurzfristig immer noch Aufträge rein? Oder ist es eher eine langfristige Planung? Was spielt noch eine Rolle? Wie viele Fertigungslinien beispielsweise stehen mir zur Verfügung? Irgendwie viele Maschinen? Wie sehen so die Zuführungseinrichtungen aus? Beispielsweise Feederanzahl. Wie sieht es generell mit Personal aus? Durch wie viel oder wie hoch ist die Anzahl der Personen, die die Linie bedienen? Und natürlich auch generell das Material. Wie viel? Wie sind die Packungsgrößen? Oder wie sehen die Zuführungsarten aus? Gibt es beispielsweise neben Rollen auch Sticks, Trays und so weiter und so fort? Kundenbeistellung ist eben auch noch ein wichtiger Punkt. Und ja, zum Beispiel, wie viel Umlaufbestände überhaupt akzeptiert werden jetzt rein vom Geldfluss innerhalb der Firma? Wichtig ist hier vielleicht noch eins zu sagen. Also das sind natürlich alles Abhängigkeiten, die irgendwo zu einem unterschiedlichen Materialfluss in den Unternehmen führen. Bei Materialien oder ja genau, das steht hier unten auch nochmal dargestellt, dass diese Einflussfaktoren sehr stark nun abhängig davon sind, was für ein Unternehmen ich jetzt dort betrachte, in welchem Geschäftsfeld man unterwegs ist, ob es eben beispielsweise ein OEM ist, der noch einige mehr Prozessschritte mit abbildet oder eher ein Dienstleister, MS an der Stelle. Und als Hinweis noch, Material, das darf man immer nicht vergessen, wenn man über Materialmanagement spricht. Es gibt natürlich nicht nur SMT-Material, also wie Leiterplatten und elektronische Bauelemente, sondern es gibt eben auch noch ein paar Sachen mehr, die natürlich alle irgendwo insgesamt vom Warenwirtschaftssystem mit verwaltet werden. Warum man aber eben an der Stelle häufig so ein großes Augenmerk auf die ersten beiden Bereiche legt, ist eben, weil das Kapital relativ hoch ist, was gebunden ist, wenn ich solche Materialien beispielsweise irgendwo in der Fertigung zwischenlagere. Also einfach vom Finanzfluss her in den Unternehmen ist dort sehr viel Kapital gebunden und deswegen auch immer ein großes Augenmerk auf diese SMT-Materialien und Leiterplatten. Ja, wie sieht nun allgemein für erstmal unterschiedliche Unternehmen so ein Ziel aus bei der Gestaltung des Materialflusses? Ja, da kann man erstmal eben sagen, okay, es geht darum, den Materialfluss oder das Konzept optimal zu gestalten. Und dort eben alle Gegebenheiten oder Fertigungssituationen bei den Unternehmen zu berücksichtigen. Optimal heißt es eben, dass ich im Prinzip zum bestimmten Zeitpunkt alle Materialien an der Fertigung bereitstelle, sodass es im Prinzip losgehen kann und eine Bearbeitung stattfinden kann. Und dort müssen natürlich dann innerhalb der Produktionsplanung auch bestimmte Liefertermine eingehalten werden, als auch bestimmte hochpriorisierte Produktionsaufträge zu bestimmten Zeitpunkten abgearbeitet werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, die Maschinen gleichmäßig auszulassen, um im Prinzip auch dort ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Genau, wenn man jetzt von oben nochmal so ein bisschen drauf guckt auf die Unternehmen, kann man eben sagen, es geht eigentlich darum, die Rentabilität eines Unternehmens zu verbessern oder mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, besser zu erarbeiten. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema, was ich vorhin gebracht habe mit den Umlaufbeständen. Wenn ich einfach sehr viel Materialien vorhalte, ist es eben auch so, dass dadurch viel Kosten oder nicht Kosten, sondern sehr viel Finanzmittel gebunden sind, die dann wiederum dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen hat man dort auch ein Augenmerk drauf. Generell geht es auch eben darum, diese Materialflüsse relativ transparent beschreibbar zu machen und sie auch wirtschaftlich zu gestalten. Genau, ja, das lässt sich jetzt immer relativ schnell mal so hinschreiben, aber hinter diesem, gerade diesem Begriff Optimum versteckt sich halt doch eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und ich will jetzt in dem nächsten Abschnitt so ein bisschen zeigen, was dort alles eine Rolle spielt, warum das auch so ein komplexes Thema ist und wie man sich als Unternehmen dort langsam dieser Thematik auch annähern kann. Dazu nehme ich nochmal das Bild von vorhin, wo ich im Prinzip den Materialfluss mal sehr allgemein beschrieben habe und stelle hier noch ein bisschen, noch ein Stückchen allgemeiner dar. Das mutet jetzt eher so ein bisschen an Logistik an, aber es ist immer ganz gut, sich manchmal auch so ein bisschen von den örtlichen Begebenheiten erst mal zu trennen. Man hat jetzt eben beim Materialfluss verschiedene Schritte, dass eben im Bahneingang die Materialien zugeführt werden. Jetzt hat man verschiedene Förderwege über ein großes Zentrallager beispielsweise, über einen unterschiedlichen Transport, die Nutzung eines Puffervolumens hin zu der Linie an sich. Wie jetzt diese Transportwege realisiert werden, ist jetzt hier auch erstmal unabhängig. Das kann jetzt beispielsweise über irgendwelche Transportwagen geschehen, über solche autonom fahrenden Einheiten, ganz unabhängig davon jetzt erstmal. Das ist der eigentliche Fertigungsbereich. Danach spricht man ja dann typischerweise das erste Mal von einem Produkt. Und ja, dann gibt es eben noch eine Reihe von anderen Schritten, die sich hier hinsichtlich des Materialflusses anschließen. Genau, was man hier schon erkennt ist, es gibt halt verschiedene Bereiche, ganz klar, also wo man sich jetzt auch mit Optimierungsthemen beschäftigen kann. Und ich möchte jetzt diese Komplexität mal anhand wirklich der Fertigungsstrecke beschreiben und will ja mal wirklich bei einem Bestücker anfangen, was man dorthin sich an der Optimierung eigentlich macht. Ich habe es jetzt mal maschinenbezogene Optimierung benannt. Also hier ist es ja typischerweise so, dass ich versuche, die Feeder möglichst optimal anzuordnen, sodass die Wege oder die Trajektorien, die sich hier für den Kopf während der Bestückung ergeben, ja möglichst zeitoptimal gestaltet sind. Also so eine Bahnplanungsaufgabe. Und wenn ich jetzt mal diese Bestücke innerhalb einer Linie sehe, gibt es eben auch noch den Bereich, dass ich sage, ich kann natürlich so eine Optimierung auch für so eine gesamte Linie machen. Da wäre es jetzt eben eher so, dass ich dort beispielsweise eine Abfolge von Produktionsaufträgen habe, die ich optimal verteilen möchte. Und das sieht dann eben ungefähr so aus, dass ich beispielsweise hier so eine Gesamtproduktionszeit habe, die sich jetzt aus einzelnen Teilabschnitten zusammen, als einzelnen Produktionsaufträgen zusammen ergibt. Und jeweils so ein Produktionsauftrag wird dann immer aus einer Rüstphase beispielsweise und einer eigentlichen Abarbeitung des Auftrags zusammengenommen. Und hier gibt es beispielsweise einen Teil, der festgerüstet wird und einen Teil der Variabel gerüstet wird. Und hier ist dann eben das Ziel, diese Produktionszeiten möglichst kurz zu gestalten, als auch zum Beispiel hoch priorisierte Aufträge durchzubringen. Man kann ja auch genauso mit Gruppierungen arbeiten. So, aber wenn man sich jetzt mal diese beiden Teilbereiche, also nur die Maschine anschaut und dann das, was man bei einer Linie eigentlich hinsichtlich einer Optimierung macht, dann kann man eben feststellen, dass so eine Maschinenoptimierung eher vom Charakter her die Optimierungsaufgabe eher so eine räumliche Verteilung ist. Und wohingegen, wenn ich mir die gesamte Linie und die Abarbeitung von Produktionsaufträgen anschaue, das eben eher eine zeitliche Aufgabe ist. Also man hat hier mehrere Dimensionen, diese räumliche und zeitliche. Und das ist schon mal der erste Grad, was eben ein bisschen komplex macht, zum Beispiel so eine Gesamtoptimierung hier durchzuführen. Man kann natürlich diese beiden Bereiche auch über eine Kostenfunktion zusammenbringen. So, jetzt kann man aber eben das Ganze nochmal weiter auftröseln. Also man hat ja natürlich den Maschinenbereich, man hat eine Linie, wo ich optimieren kann, aber ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich habe mehrere Linien, die mir zur Verfügung stehen, verschiedenste Produktionsaufträge und ich kann, das ist ein weiteres Ziel, in einer Art Linienüberlackung, Optimierung, optimal die Produktionsaufträge auf die Linien zu verteilen. Und dort jetzt noch außenrum kommt dann im Prinzip die gesamte Material- und ist die Materialbereitstellung, wo ich eben ebenfalls optimieren kann, hinsichtlich Wege, Zeiten, Lagerbestand und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe es hier mal als Kaskaden beschrieben, also ich sehe es eben, oder nach meinem Empfinden ist das eben so, dass ich einzelne Optimierungsschleifen gehen kann, zum einen innerhalb einer Anlage, wo ich einen bestimmten Produktionsauftrag optimiere. Ich kann das im Prinzip mehrere Produktionsaufträge auf einer Linie optimieren, ich kann das für mehrere Linien machen und gleichzeitig kann ich im Prinzip außen noch die Materiallogistik über eine Optimierungsschleife behandeln. Genau, und da sieht man jetzt eben, dass es zum einen verschiedene Optimierungsbereiche gibt und sehr viele Abhängigkeiten, wie wir das auch vorher gesehen haben, wie eben solche Fertigungsbedingungen im Unternehmen aussehen. Und tendenziell kommt man eigentlich dazu, dass man diese Komplexität eher begrenzen muss, um eben irgendwann erst mal zu Ergebnissen zu kommen und auch das umsetzen zu können. Genau, prinzipiell bei der Umsetzung oder wenn jetzt ein Unternehmen sich so einer Optimierung nähert, kann ich dort irgendwo oder würde ich vier Teilschritte ansetzen. Am Anfang so eine Vorab-Analyse, kommen wir gleich dazu, wo man sich erst mal vor Augen führt, wie ich, wie fertige ich im Moment und wofür, wie viel Zeit investiert. Als nächstes, wenn man dann auch Richtung Auswahl eines Optimierungswerkzeugs geht, sollte man vorher so ein bisschen sich Gedanken machen, welchen Ansatz wähle ich dort, was könnte dort geeignet sein und nachdem man dann ein Werkzeug ausgewählt hat, kann man in die Erarbeitung von Optimierungsergebnissen gehen und diese auch umsetzen. Der erste Schritt ist aus meiner Sicht wirklich wichtig, egal wie jetzt das Unternehmen konkret arbeitet, so eine Vorab-Analyse. Ich habe jetzt hier oben nochmal die Schleifen dargestellt, die man sich so vorstellen kann innerhalb der Fertigung und Vorab-Analyse bedeutet eigentlich, dass ich für diese einzelnen Teilbereiche, jetzt wie die Materiallogistik als auch vielleicht jetzt klassisch die Verarbeitung der Materialien, dass ich dort versuche, eine gewisse Transparenz zu schaffen. Also wie viele Materialien werden zum Beispiel innerhalb einer Schicht bewegt, wie lange dauert die Suche von Materialien, die Bereitstellung, wie sieht es mit Transportwegen aus. Also im besten Fall kommt man eben zu dem Punkt, dass ich es schaffe, für typische Produktionsaufträge, die ich zu bewältigen habe, mir mal Aufschlüsse oder wie viel Zeit für einzelne Schritte notwendig sind, um eben auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie arbeite ich eigentlich in meinem Unternehmen. Und das muss man natürlich nicht nur für den äußeren Bereich machen, das muss man auch dann für die inneren Bereiche machen, wie beispielsweise an der Linie, dass ich mir mal anschaue, wie viel rüste ich eigentlich, wie viel Zeit produziere ich effektiv, ja, wie ist der Anteil der Festrüstung dabei grundsätzlich, ja, ich hatte es hier nochmal hingeschrieben mit den Fragen, es geht eben darum, schon mal im Vorfeld abzuschätzen, wo könnten Potenzialen liegen, das meine ich auch mit Transparenz schaffen. Und es ist vielleicht auch eine wichtige Frage, welche Bereiche brauche ich mir eventuell nicht anschauen innerhalb einer Optimierung. Beziehungsweise könnte ich, wenn ich jetzt in der Optimierung irgendwo ein Ergebnis sehe, das überhaupt umsetzen. So nach meiner Erfahrung jetzt, was die Optimierung angeht, zeigt es sich häufig so, dass dort, wo ich generell schon vermute, dass ein Einsparpotenzial liegt, die Optimierung aufzeigt, dass das tatsächlich so ist. Also das heißt, man kann auch schon mit so einer Transparenz und Darlegung der Zahlen eigentlich schon auch sehen, wo wahrscheinlich Einsparpotenzial liegen können. Und die Optimierung hilft einem eher dabei, noch eine gute Lösung dann zu finden. Aber es ist, also wie gesagt, die Optimierung ist meistens kein Selbstläufer, sondern man muss sie gezielt anbinden und am Anfang eben auch geschickt Randbedingungen wählen. Ich habe jetzt auf der Folie mal dargestellt, was vielleicht so Indizien sein könnten, dass ich, ja, ich sage mal, dass ich vielleicht irgendwo ein Optimierungspotenzial finde. Wie gesagt, es kann auch in bestimmten Unternehmen dann eben mal nicht so zutreffen, aber zumindest sind das Dinge, wo man mal genauer hinschauen könnte, ob sich dort Optimierungspotenzial verbirgt. Das gibt es eben zum Beispiel das Thema Transportwege. Sind die eben relativ kurz oder sind es relativ lange Transportwege? Generell die Gestalt der Fertigungshalle finde ich auch persönlich sehr wichtig. Wenn das in einer Fertigungshalle einfach sehr kompakt gebaut ist, habe ich ja beispielsweise kaum Möglichkeiten, auch in Sicht der Materiallogistik viel Änderung vorzunehmen. Oder ich muss eben schauen. Also wohingegen jetzt eine Fertigungshalle, die relativ großzügig umgesetzt ist, da habe ich erstmal grundsätzlich mehr Möglichkeiten. Es spielt ja noch eine Rolle, wie viel Material ist unterwegs. Ja, wie viel oder was habe ich so an Bestand? Wie viel Zeit brauche ich eben für die Materialsuche? Das können alles Indikatoren sein, auch zum Beispiel wie viele Produkte ich, Produktwechsel ich pro Schicht habe. Das können Indikatoren sein, dass man eben dort mit einer Optimierung ansetzt. Ja, und zu guter Letzt ja auch noch Dynamik. Also jemand, der sehr, sehr langfristig planen kann, wird wahrscheinlich tendenziell nicht in so eine Situation kommen, dass er in der Not kurzfristig Neuaufträge einunterbringen muss, um dann vielleicht eben außerhalb, sage ich mal, der optimalen Bearbeitung zu laufen. Genau, also es sind insgesamt mal Anhaltspunkte, was zutreffend sein kann, muss nicht, aber das sind Punkte, wo man drüber nachdenken kann. Und entsprechend dieser Potenziale, die ich vermute, würde ich dann im Prinzip auch anfangen, bestimmte Bereiche einer Optimierung zu unterziehen. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, die man wählen kann für so eine Optimierung. Und ich würde jetzt mal für den inneren Bereich, also für so eine Niedenoptimierung, drei Ansätze zeigen, die aber auch auf die anderen Bereiche im Prinzip übertragbar sind. Es handelt sich dort im Prinzip um, sagen wir mal, mathematische Methoden, die man durchführt und lassen sich in gleicher Weise übertragen. Also Optimierungsansätze. Als erstes Beispiel die gesteuerte Simulation. Das kann man sich so vorstellen, ich würde im Prinzip ein Modell von einer Linie beispielsweise erzeugen, wo über analytische Lösungen, beispielsweise Bewegung des Kopf, berechnet werden. Und als auch Taktzeiten beispielsweise. Und ich könnte jetzt über eine bestimmte Vorgabe von Eingabeinformationen, also welche Produktionsaufträge sollen abgearbeitet werden, bei welcher Losgröße, wie komplex sind die, welche Maschinen stehen mir zur Verfügung innerhalb der Linie, wie soll gerüstet werden, könnte ich jetzt beispielsweise ein Ergebnis berechnen. Also beispielsweise, bei welcher Taktzeit lande ich dort wahrscheinlich und wie sieht so die Maschinenauslastung aus und geeignete Auftragsabfolge. Bei dieser gesteuerten Simulation ist es eben so, dass ich aber diese Rückschleife im Prinzip nicht habe. Das heißt, man trifft hier eine Vorgabe und am Ende kommt ein Ergebnis raus, aber dass diese weiteren Anpassungsschritte, wenn ich hier vielleicht ein Stück besser werden will, muss jemand vornehmen. Also das heißt, ein erfahrener Bediener von diesem Werkzeug und das ist eben so ein bisschen der Nachteil davon, es ist eben sehr erfahrungsbasiert und ich komme vielleicht nicht in die Lage, auch außerhalb dieses Erfahrungsschatzes mal eine Lösung zu finden. Hingegen bei einer mathematischen Optimierung, wie man es allgemein versteht, ist es eben der Fall, dass ich dort ein gewisses Optimierungsziel habe, beispielsweise die Bearbeitungszeiten an einer Linie zu optimieren oder die Kosten zu reduzieren. Ich hätte dann hier auch wieder so ein Modell von der Linie, um mir auszurechnen für bestimmte Eingangsinformationen, was ergibt sich für eine Maschinenauslastung und so weiter und meinetwegen auch für eine Bearbeitungszeit. Aber hier habe ich im Prinzip einen Rückfluss, also ich würde im Prinzip einmal so ein Simulationszuschlaf durchführen, würde Zielgrößen auswerten und könnte dann hier beispielsweise bestimmte Dinge ändern, automatisiert. Das heißt, mal die Konfiguration verändern oder mal das Rüstkonzept verändern. Und dort könnte ich im Prinzip auch einen größeren Suchraum, sage ich mal, abarbeiten, als das ist beispielsweise bei so einem eindimensionalen Simulationsdurchlauf der Fall ist. Ja, genau, aber Bereich mathematischer Optimierung, ich sage mal, in einer vereinfachten Form, das wird schon viel in den Werkzeugen heutzutage eingesetzt. Und jetzt gibt es noch einen dritten Ansatz und das sind trainierte Datenmodelle oder eben auch neuronale Netze, eigentlich das, was man jetzt unter Machine Learning klassisch versteht. Ich will jetzt nachfolgend ein bisschen näher beschreiben, was man hier eigentlich macht. Es ist dennoch sehr relativ einfach gehalten. Man muss, um so ein Datenmodell zu erzeugen, erst mal in einen Trainingsvorgang gehen, also dieses Datenmodell, ich sage mal, füttern mit Informationen, zum Beispiel Fertigungssituationen. Das kann direkt aus der Produktion kommt auch zum Beispiel aus Simulationen, die man im Vorfeld durchgeführt hat. Und so ein Datenmodell verknüpft dann im Prinzip Eingabebedingungen mit Ausgabebedingungen. Das heißt, für eine bestimmte Fertigungssituation, bestimmte Produkte, die gefertigt werden sollen, bestimmte Produktionsaufträge, Maschinen, die zur Verfügung stehen, ja, wie sieht der Linienoutput aus, wie sah die Auslastung aus, das wird miteinander verknüpft. Und bei der mathematischen Optimierung ist es eben so, die braucht relativ lang, dann, wenn man es anwendet, durch eben diese Zyklen, die man dort fährt. Beim Datenmodell ist es so, wenn es einmal trainiert ist, kann ich mir relativ einfach anhand einer neuen Fertigungssituation ausrechnen, wie wahrscheinlich meine Auslastung beispielsweise an der Linie aussieht. Also, das heißt, man hat hier den Vorteil, dass man dann relativ schnell ist, nachdem dieser Trainingsvorgang durchgeführt worden ist. Genau, wie sieht nun das Training und die Nutzung solcher Datenmodelle aus? Diese, genau, das hatte ich ja eben schon erwähnt, also an und für sich die Daten, um so ein Training durchzuführen, die kommen eben entweder zum Beispiel aus Simulation oder direkt aus der Produktion. und so eine Datenreihe kann eben, ja, eine bestimmte Fertigungssituation darstellen. Bestimmte Produkte, die zu bestimmten Prozessparametern gefertigt werden in der Eingabe und als Ausgabe, ja, welche Taktzeit hat sich nun ergeben oder wie sieht die Auslastung der Maschinen aus? So ein Trainingsdatensatz ist im Prinzip eine Reihe von Zahlen, eine Matrix, wo jede Zeile im Prinzip so eine Fertigungssituation widerspielt. und damit wird im Prinzip das Datenmodell gefüttert. Also wenn man dort das Datenmodell damit anspricht, bilden sich halt Knoten aus, als auch Wichtungen und am Ende habe ich hier nochmal zwei Kontrolldatensätze, um dann schlussendlich das trainierte Datenmodell nochmal zu hinterfragen, ob dort qualitativ das Richtige rauskommt. Was jetzt eben schon wichtig ist, ist, dass diese Fertigungssituation, alles, was ich hier in diesen Trainingsdaten drin habe, sind halt numerische Ausdrücke, also Zahlen, mit einem Wertebereich von bis. Das heißt, es ist hier nicht erlaubt, irgendwo zum Beispiel qualitative Aussagen mit zu nutzen, sondern ich muss alles versuchen, über den Zahlenbereich auszudrücken. Und das ist auch eben so eine Einschränkung von Datenmodellen, wo man eben erstmal hinkommen muss. Ich muss eben diese Fertigungssituation oder in diesen Werkzeugen müssen diese Fertigungssituation über diese Art und Weise beschrieben werden. Und wenn ich dann so ein Datenmodell im Prinzip fertig habe, ist das am Ende auch wieder eine Matrix. Und ich könnte hier, wenn ich diese Matrix im Prinzip dann mit einer neuen Eingabe, also einer neuen Fertigungssituation, konfrontiere, würde hier eine neue Ausgabe oder Verhersage rauskommen. Also für geeignete Prozessparameter beispielsweise oder für einen Minen-Output, der sich ergeben wird, mal relativ einfach besprochen. Aber das ist ungefähr das, was hinter diesen Begriffen steckt. Also es sind Matrix-Operationen irgendwo für das Training an sich. Also die Trainingsdaten sollten relativ vielfältig sein. Das heißt, dort können auch im Prinzip Fertigungssituationen, die eher schlecht liefen, auch mit eingebettet werden. Dieses Antrainieren kann ja mal dauern. Das ist auch wichtig zu wissen. Also man ist da vielleicht auch mal schnell im Bereich von Monaten. Ich kenne auch einen Fertigungsstandort von einem Automobilisten, der sogar sagte, dass er erst nach mehreren Jahren dort erste Muster erkennen konnte mit so einem Datenmodell. Grundsätzlich, ich habe ja so ein Datenmodell angelernt mit verschiedenen Fertigungssituationen, trainierten Daten. Das kann man sich auch so als eine Art Punktwolke vorstellen. Wenn ich jetzt eine neue Fertigungssituation habe und möchte wissen, welchen Linienoutput kann ich dort erzeugen oder welche Prozessdaten sind dort geeignet, dann ist es natürlich immer gut einzunehmen, der auch innerhalb dieser Punktwolken liegt. Dann habe ich eben so ein Interpolieren. Wenn es ein Punkt ist, der außerhalb liegt, dann wäre ich bei so einer Art Extrapolieren und das ist für so ein Datenmodell relativ schwierig abbildbar. Das heißt, gänzlich neue Fertigungssituationen, die meine Anlage oder meine Fertigung noch nie gesehen hat, die sind auch über so ein Modell hinsichtlich einer Vorhersage oder einer Empfehlung schwer abzubilden. Das heißt, man sollte sich in dem Raum bewegen, wo man auch vorher schon gearbeitet hat. Gut, jetzt von diesem bisschen Abstrakten kommen wir jetzt mal wieder zurück. Wenn man sich das jetzt mal zum Beispiel für einen EMS-Dienstleister oder für einen OEM vorstellt, sehe ich jetzt erst mal persönlich beim EMS-Dienstleister aufgrund einer höheren Vielfalt an Aufträgen und Losgrößen, die man bearbeiten muss, schon eher Schwierigkeiten, sowas abzubilden, als wenn es jetzt beispielsweise ein OEM-Fertrecker ist, der dort eine viel bessere Planbarkeit und Transparenz irgendwo besitzt. Da denke ich, ist es eher denkbar, dass man auch mit solchen trainierten Datenmodellen arbeitet, um die Fertigung relativ schnell auf neue Produkte beispielsweise einzustellen, als jetzt bei einem EMS-Dienstleister. Genau, also diese drei Ansätze, das heißt diese Simulation und Feedback, die mathematische Optimierung, als auch das Arbeiten mit Datenmodellen, das steckt jetzt eben mehr oder weniger in auch kommerziell verfügbaren Optimierungswerkzeugen drin. Und da ist es nur noch wichtig, dass diese Optimierungswerkzeuge sich meistens auf bestimmte Bereiche beziehen. Also ich rufe noch mal in Erinnerung, ich hatte ja ausgeführt, dass es so eine Linien- oder Maschinenoptimierung, Linienoptimierung und so eine überlappende Optimierung und außen die Logistik gibt. Und beispielsweise ein Linienoptimierer würde jetzt bestimmte Produktionsaufträge optimal für eine Linie anordnen oder würde dort bestimmen, wie zum Beispiel ein optimales Rüstungskonzept aussieht oder wie die zu gruppieren sind. Der würde aber zum Beispiel Fragen der Peripherie nicht beantworten. Wohingegen jetzt beispielsweise so ein Produktionsplanungstool typischerweise eigentlich jetzt, was die Maschine angeht, dort ein sehr, sehr vereinfacht nur Annahmen trifft. Also da werden keine Bahnen geplant und so weiter, sondern es wird relativ einfach, das bestimmt, was an der Maschine dort möglichst gut wohl zu platzieren ist. Wo aber jetzt viel passiert in Hinsicht der Optimierung ist eben die Planung der Produktionsaufträge auf den einzelnen Linien, sodass man dort eben eine Wochenplanung relativ optimal gestalten kann oder eben auch What-if-Szenarien durchfahren kann. Das heißt, wenn neue Aufträge reinkommen, wie wirkt sich das auf meine Fertigung aus? Genau, und ein anderer Bereich wären jetzt eben Materialflussplaner, die wiederum würden eigentlich diesen inneren Bereich sich wenig anschauen, sondern würden sich eben eher darauf konzentrieren, wie sehen Materialwege aus, Logistikketten, wo es ist, welches Material vorhanden, wo können sich Engkasse ergeben, ist es vielleicht sinnvoll, irgendwo ein Puffer für das Material einzubauen und das kann man dann eben auch nutzen, um so ein Layout von so einer Fertigung vorzunehmen. Genau, also hier an der Stelle der Hinweis, ich sollte im Vorfeld immer mal schauen, was das für ein Werkzeug ist, was ich dann am Ende verwende, auf welchen Bereich sich das bezieht und am Ende ist das auch das Richtige, wenn ich zum Beispiel sage, mir kommt es hier nicht auf die kürzeste Zeit Einbearbeitung eines Produktionsauftrages an, dann ist das zum Beispiel auch okay, wenn man dann in so einem Werkzeug einfach diesen Bereich nicht anfasst. Genau, es gibt nun verschiedene Ergebnisse, die dann aus diesen Optimierungswerkzeugen herausfallen können. Bei einem Linienoptimierer kann das beispielsweise jetzt optimiertes Rüstkonzept sein, was ich umsetzen muss bei einer Produktionsplanung, eine bestimmte Abarbeitung der Produktionsaufträge innerhalb einer Woche und bei so einem Materialflussplaner kann das bedeuten, dass der mir beispielsweise empfiehlt, dass ich die Vorbereitung der Aufträge relativ zentral und räumlich zentral vornehmen muss oder beispielsweise dort auch mit zusätzlichen Materialspeichern relativ nah an der Linie arbeiten soll. Grundsätzlich sieht man da aber schon, dass das vielleicht auch vom Invest her ein bisschen unterschiedlichen Charakter hat, sodass man, ja, dass manche Ergebnisse sich, sagen wir mal, relativ einfach umsetzen lassen, auch vom Invest her und manche vielleicht dann doch einen größeren Invest darstellen in der Umsetzung und deswegen ist es dort einfach empfehlenswert, auch Optimierungsergebnisse noch mal in der Hinsicht der Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen. Genau, ja, ich möchte jetzt kurz am Ende das Ganze zusammenfassen. Man hat häufig Potenzial innerhalb des Materialflusses, aber der Aufwand zur Erschließung dieser Potenziale ist relativ unterschiedlich. Es gibt eben Potenziale, die man relativ einfach sich erarbeiten kann, wie beispielsweise, dass man eine durchgängige Digitalisierung von Dokumenten und Prozessabläufe durchführt oder dass man eben auch mehrere Datenbanken irgendwann mal zusammenführt und eine Datenkonsistenz erarbeitet. Wenn man dann eben an die anderen Optimierungsschritte gehen möchte, ist es eben sehr zu empfehlen, vorher erst mal durch eine Offenlegung der Zahlen, sage ich mal, eine Transparenz zu schaffen, also wo können Optimierungspotenzialen liegen, die ich dann wiederum mit so einem Optimierungswerkzeug versuche anzugehen oder zu verbessern. Und da ist eben der erste Schritt wichtig, um so diese Komplexitäten ein Stück weit einzugrenzen und das nicht ausufern zu lassen. Und wenn man dann Ergebnisse hat, die aus so einer Optimierung herauskommen, ist natürlich auch noch zu prüfen, ob die insgesamt auch im Kontext des Unternehmens wirtschaftlich umsetzbar sind und wie will ich auch vielleicht auch das Unternehmen ist, die eine oder andere Maßnahme umzusetzen. Ja, also grundsätzlich ist es bei der Optimierung oder bei den Werkzeugen, es sind etablierte Methoden. Das ist komplex, aber man kann eben durch gezielte Setzung von Randbedingungen auch diese Komplexität einschränken und dann eine passende Strategie auch für sein Unternehmen finden, um bestimmte Bereiche vielleicht auch schrittweise dann erst mal anzugehen und zu optimieren. Genau, ja. Und als letzten Satz, ich bin ein bisschen über der Zeit, ich weiß, die, ich persönlich sehe dort OEMs ein bisschen im Vorteil, weil dort eben mehr Transparenz hinsichtlich der Produktionsaufträge vorliegt oder die einfach auch mit einer höheren Planbarkeit arbeiten in der Regel als bei EMS-Dienstleistern, wo eben noch mehr, sag ich mal, passieren kann, auch innerhalb solcher Produktionszyklen. Und man muss dann eben immer schauen, auch beim EMS-Dienstleister, wo man vielleicht auch geschickt anfangen kann und um erste Potenziale zu schöpfen. Genau, damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, dann schalten wir ganz kurz um. Natürlich sind zwischendurch ein paar Fragen reingekommen, die ich Ihnen gern stellen möchte. Erst mal vielen Dank für den interessanten Vortrag bis hierher. Und dann steigen wir mal in die Fragen ein. Wie genau sind die dargestellten Optimierungsstrategien in der Begriffswelt rund um das Thema Industrie 4.0 zu sehen? Ja, also Industrie 4.0 ist ja immer so ein gern genutzter Begriff, wo sich viele Facetten meiner Meinung nach dahinter verstecken. Da geht es eben ganz viel um Vernetzung von Maschinen oder von Fertigungssystemen. Da geht es um Transparenz hinsichtlich der Daten, um Konsistenz von Daten. Es geht viel um Automatisierung, um auch Assistenz. Und dort sehe ich im Prinzip jetzt beispielsweise die Dinge, die ich jetzt gerade dargelegt habe, als ein wichtiger Schritt. Also man muss innerhalb dieser Automatisierungsschritte oder um die planen zu können, ist es eben auch erforderlich, eine gewisse Strategie hinsichtlich des Materialflusses zu verfolgen. Und dort sind eben solche Optimierungsansätze einen wichtigen Schritt, um eine Automatisierung im Kontext von Industrie 4.0 auch voranzutreiben. Danke. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, wäre, welchen Weg zur Verbesserung des Materialmanagements schlagen Sie konkret kleinen mittelständischen Unternehmen vor? Weil auf die konzentrieren wir uns. Das große, natürlich ganz andere Strategien fahren müssen oder werden. Klar, aber was machen wir mit KMU im Speziellen? Ja, man hat häufig bei Vorträgen in der Vergangenheit gesehen, dass dort meiner Meinung nach schon sehr stark auf den Automotive-Bereich geschaut wurde. Und dort ist eben der Hintergrund, dass natürlich aufgrund der höheren Stückzahlen dort man auch Methoden oder jetzt irgendwelche Automatisierungsansätze relativ einfach begründen kann, warum das wirtschaftlich sich auch darstellt. Und bei kleineren oder mittleren Unternehmen ist eben immer das Thema Invest, was irgendwo mitschwingt, lohnt sich das, dort hinzugucken. Und da ist es schon auch notwendig, dass ich ein bisschen genauer schaue, hinschaue, was mich dann eigentlich die Umsetzung so einer Methode kostet, was aber in jedem Fall erst mal ein erster Schritt ist. Sowohl bei einem großen als auch beim kleineren Unternehmen ist, dass jemand diese Arbeitsweise mal dokumentiert. Also es ist für mich immer in Gesprächen ganz wichtig, dass ich hervorhebe, erst mal schauen, wie arbeite ich eigentlich, wie viel Zeit wird für was investiert, um eben schon mal zu gucken, gibt es vielleicht, sagen wir mal, low-hanging fruits, die ich durch vielleicht eine Änderung in dem Lagermanagement oder sowas dann auch schon erschließen kann, bevor ich vielleicht jetzt eine größere Umgestaltung so einer Fertigungslinie angehe. Also klar, da muss man mehr schauen. Alles klar. Gut, dann die nächste Frage. Welche Person sollte das Thema am besten innerhalb eines Unternehmens treiben? Wo sind die besten Eingriffsmöglichkeiten gegeben? Bei diesem Thema Materiallogistik ist es zunächst so, dass das sich ja irgendwo in alle Bereiche eingliedern lässt. Also das tangiert sowohl jemanden, der irgendwo die Logistik steuert, als auch jemand, der die Fertigung steuert, als auch jemand, der vielleicht die IT-Landschaft oben drüber gestaltet im Bereich ERP oder MDS-System. Deswegen kann man es meiner Meinung nach immer gar nicht so pauschal sagen. Aber es ist immer gut, wenn jemand anfängt, das Thema mal aufzuarbeiten. Die anderen müssen natürlich mit involviert werden in solche Überlegungen. Ich finde, weil eben auch dieser zentrale Bereich der Verarbeitung der Materialien relativ wichtig ist, ist das schon nicht schlecht, wenn das so aus der Fertigungsleitungsebene rauskommt. Okay, dann lassen Sie mich ganz kurz schauen nochmal ins Tool. Nein, weitere Fragen liegen mir aktuell leider nicht vor. Dann bleibt mir nur eins bis hierher, mich momentan zu bedanken. Liebe Teilnehmer, sollten Sie zukünftig oder auch gleich noch detailliertere Fragen haben, können Sie sich auch gerne direkt an Herrn Dr. Heppke stellen. Die entsprechenden Kontaktdaten sind hier eingeblendet, sind natürlich auch dann im Video entsprechend hinterlegt, sodass Sie jederzeit mit Herrn Heppke Kontakt aufnehmen können oder der Firma Juki Automation Systems GmbH selbstverständlich das an dieser Stelle gern erwähnt. Dann, liebe Teilnehmer des heutigen Seminars, möchte ich Sie sehr gern noch auf die kommenden Termine hinweisen. Wir sind jetzt in der Aufplanung bis Mitte Dezember. Ich habe jetzt aus Platzgründen nur die Oktobertermine hier eingesetzt. Sie sehen, der Termin im Oktober noch ab jetzt. Das sind natürlich dann weitere Termine im November zweimal wöchentlich. Wir sind voll ausgeplant. Die verschiedensten Themen, egal ob es Nachhaltigkeit, ob es technische, ob es logistische, ob es Planung oder andere Prozessthemen sind, es ist für jeden was dabei. Geben Sie diese Termine bitte weiter in Ihren Firmen, an Ihre Kollegen, an Fachleute, an interessierte Branchen, Insider, sodass wir möglichst weit dieses Wissen streuen können. Es ist alles kostenfrei, wie auch die heutige Teilnahme. Und dann möchte ich Sie, liebe Teilnehmer, noch auf den Jahreskalender des FED hinweisen. Sie sehen in der Mitte der Seite FED.de, Veranstaltung, Jahreskalender. Dort sehen Sie tagesaktuell gepflegte Präsenzschulungen, die wir noch durchführen dürfen. Soweit Corona ist uns momentan nicht verbietet, natürlich unter Beachtung jeglicher Corona-bedingten Hygienemaßnahmen, also Abstände, Hygieneregel etc. APP wird natürlich strengstens beachtet durch uns. Aber Präsenzschulungen sind möglich in den Seminarzentren deutschlandweit, wie auch in Berlin, wie auch bei Ihnen als Inhouse-Schulung ausgeprägt. Kommen direkt jetzt, gerade aktuell, neben den Konferenz-Talks, gibt es die Online-Live-Seminare Ende der kommenden Woche. Lassen Sie mich bitte kurz schauen. 22. und 23. diesem Monat. Beispielsweise Zuverlässigkeit und Qualität. Durch Herrn Ruderek abgehalten ein Zwei-Tages-Online-Live-Seminar, zwei Vormittage, drei Stunden. Sehr interessant ist in der Vorbereitung auch im Jahreskalender verfügbar, die Regionalgruppenveranstaltungen, die kostenfrei und deutschlandweit zu betrachten und zu genießen sind. Regionalgruppenveranstaltungen noch aus der Vergangenheit heraus. Mittlerweile sind sie deutschlandweit ausgerollt, kostenfreie Teilnahme. Und bei interessanten Themen ist die Mitarbeit auch gerne erwünscht und gesehen. Weitere Events sind im Jahreskalender hinterlegt. Das sind diese Events wie eben Konferenz-Talks, Reihe, die wir gerade heute hier miteinander genießen dürfen. Dann bleibt mir momentan nur eins. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, liebe Teilnehmer. Vielen Dank, Herr Höpke. Sehr gute Präsentation zum Thema Optimierung des Materialflussmanagements in der Elektronikfertigung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Höpke. Ich bedanke mich bei Ihren Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit an der Stelle und wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich im Namen des FED und persönlich bleiben Sie gesund und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.